Jörn Höcke möchte Ministerpräsident von Thüringen werden. Ihr habt richtig gehört, der AfD-Abgeordnete plant es, 2024 die stärkste Kraft im Landtag zu haben und dann auch als Ministerpräsident gewählt zu werden. Ob das Ganze total unwahrscheinlich oder doch möglich ist, das analysieren wir in diesem Video. Wenn du neu bist und kritischen Content magst, bist du genau richtig, lass gerne ein Abo da. Und dann sehen wir das Ganze. Verschiedene Medien, wie auch die BILD, haben jetzt über dieses MDR-Sommerinterview berichtet. Und dann sehen wir nämlich jetzt hier, wie es hier heißt. Den Anfang lasse ich jetzt hier weg. Wir haben es so oft gehört, wir brauchen es nicht nochmal sagen. Er wich Fragen über seine undurchsichtige Rolle bei den Rechtsaußen im MDR-Sommerinterview am Mittwoch wieder aus. Das ist auch wieder so formuliert, dass du hier nur anfangen musst zu Baerbocken. Sorry dafür. Für ihn ist das alles ein Nebenkriegsschauplatz und doch dann die großspurige Ankündigung. Der Mann, der laut Gerichtsurteil Faschist genannt werden darf, das darf natürlich nicht fehlen, will Ministerpräsident werden, heißt es hier. Er hat nämlich angesprochen von dem MDR-Moderator Lars Sänger auf seinem Autokennzeichen wohl MP 2024. Und das steht wohl für Ministerpräsident draufstehen. Der bestätigte er wolle im kommenden Jahr in die Staatskanzlei, heißt es hier. Hier im Zitat, wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten und auch ausbauen können, Bezug auf die Umfragen, gucken wir uns gleich Aktuelle auch nochmal an, dass uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen. So und mit dem Kennzeichen dazu hatte ich noch den Gedanken, das hat Christian Lindner seinerzeit ja auch mal gemacht, werden sich einige von euch erinnern. Er wollte ja unbedingt 2017 die Partei FDP wieder zurück in den Bundestag führen. Ist ihm ja auch gelungen, was er natürlich jetzt heute macht, das sehen wir alle als Finanzminister, das ist schon sehr, sehr dubios, sagen wir es mal so. Aber er hatte damals auf jeden Fall auf seinem Kennzeichen Düsseldorf, weil er ja auch noch im Landtag aktiv war und dementsprechend hier in NRW in Düsseldorf, CL Christian Lindner 2017. Also es sind halt auch so die kleinen Zeichen, die verschiedene Politiker immer wieder ein bisschen ausnutzen, um ein kleines Statement abzugeben. Und dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer fällt so etwas dann natürlich auf. Bezug auf den Herrn Höcke hier nochmal zurückzukommen und die Umfragen ist es ganz interessant. Wenn wir uns die aktuellen Umfragen angucken, sehen wir zum Beispiel hier vom 13. Juli, ist die aktuellste, die ich sehen konnte, die hier gemacht wurde. Und dann sehen wir das Ganze nämlich, da ist die Alternative für Deutschland ganz klar mit einem deutlichen Abstand über 10% mehr als die Linke, nämlich mit 32,9% die stärkste Kraft. Und da ist es doch, muss man ganz ehrlich sagen, legitim zu sagen, ja, dann möchte ich auch der Ministerpräsident des Landes werden. Denn, das haben wir in zahlreichen anderen Ländern hier in NRW zu sehen, genauso wie auch, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, es ist überhaupt kein Gesetz, muss man dazu sagen, dass die stärkste Partei auch oftmals den Bürgermeister beispielsweise, wie in Berlin zum Beispiel gesehen, jetzt bei den Neuwahlen stellt. Genauso wie das auch auf Landesebene passiert, hier beispielsweise bei mir in NRW mit dem Henrik Wüst oder aber auch dem Bundeskanzler als SPD, die ja die stärkste Kraft war bei den Bundestagswahlen und so weiter. Also offensichtlich läuft das ja so nach diesem Prinzip ab, die stärkste Partei bildet dann dementsprechend auch eine Koalition und stellt dann in der Regel Ministerpräsident, Bürgermeister und was auch immer. Das wird nächstes Jahr so nicht laufen, Leute. Das wage ich hier an der Stelle mal so zu prognostizieren, dass das nicht laufen wird. Aber wenn wirklich alle Parteien sich wirklich gegen eine Minderheitenregierung der AfD stellen, also gibt ja diese Theorie, dass die AfD nächstes Jahr, nehmen wir an, wirklich diese, nehmen wir die Werte, 32 Prozent bekommt. Was sind dann die Möglichkeiten? Die Möglichkeit ist, dass die Alternative sagt, okay, wir machen eine Minderheitenregierung. Dann würden sie automatisch natürlich auch den Ministerpräsidenten stellen, der müsste natürlich erstmal gewählt werden. Da wäre es interessant zu sehen, was passiert denn eigentlich, wenn der zur Wahl gestellt wäre und die ganze Zeit nicht gewählt wird. Wäre das ein Bundesland ohne Ministerpräsident, so wie es ja auch bei der Alternative im Bundestag in Deutschland abläuft, dass sie, seitdem sie im Bundestag sitzen, noch keinen Bundestagsvizepräsidenten hatten, weil keiner einfach gewählt wird vom Bundestag und dann ist der Posten einfach unbesetzt. Ganz, ganz interessant. Die Alternative zu der Minderheitenregierung würde bedeuten, man müsste hier Koalitionen bilden. Und die sehen wir hier an der Kuchendiagramme. Möglich wäre AfD und Linke, das ist ja mein absoluter Favorit. Das würde ich ja richtig interessant finden, was da für eine Politik rauskommen würde. AfD und CDU, ebenfalls möglich. Auch noch AfD, SPD und Grüne. Und dann war es das schon, wo die AfD mit drin bei sein könnte. Zwei andere Koalitionsmöglichkeiten wären quasi die Rettung für die anderen Parteien. Das wären aber Linke, CDU und SPD gemeinsam oder Linke, CDU und Grüne gemeinsam. So, und Linke und CDU ist ja eigentlich die sogenannte Brandmauer nach links aufrechterhalten. Aber wird die nächstes Jahr fallen? Denn Linke, SPD und Grüne, Rot-Rot-Grün, wie wir es in Berlin hatten, wird nicht reichen. Wenn die Umfragen natürlich so bleiben, beziehungsweise dann beim Wahltag das Ganze auch so aussehen wird. Das wird eine ganz, ganz spannende Kiste. Worauf soll das Ganze hinauslaufen? Wird es wirklich eine Koalition zwischen Linke und CDU geben? Da könnt ihr mal eure Vermutung gerne in die Kommentare unten reinschreiben, wie das laufen wird. Ich hatte angesprochen, dass Herr Höcke sehr, sehr strategisch denkt. Denn das haben wir ja damals gesehen. Und wenn man hier so, über drei Jahre ist das jetzt schon her. Und ich weiß noch, wie ich hier saß und Videos darüber gemacht habe, über diese Situation, wie irrational das war. Dass es hieß, der Herr Kemmerich, der ist jetzt gewählt worden mit den Stimmen der Alternative. Und das ist, erinnert euch gerne mal dran, zurück, dann so abgelaufen, dass der Herr Höcke da wirklich strategisch geplant hat. Erst wählen wir nicht, dann wählen wir dann, dann wählen wir den und zack, dann war er gewählt. Und er wurde dann auch ein paar Minuten direkt danach vereidigt und alles. Dass natürlich ein riesengroßer Bohai dann abgelaufen ist, absolut unvorstellbar. Dass sich die Raute auch noch hingestellt hat und im Außenland gesagt hat, diese Wahl müsse rückgängig gemacht werden. Absoluter Wahnsinn. Und dann hatte ich gerade auch noch einen Artikel gelesen darüber, das hatte ich auch schon, ehrlich gesagt, vergessen. Und manches kann ich mir eigentlich merken, aber diesen Punkt hatte ich nicht mehr am Schirm. Der damalige Ostbeauftragte, Hirsch, Hicke, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Der auf jeden Fall wurde ja ins Kanzleramt zur Merkel bestellt. Warum? Er hatte dem Herrn Kemmerich gratuliert als Kandidaten der Mitte. Und daraufhin hat man dann gesagt, nö, ob es jetzt daran lag oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen. Aber es war schon eine dubiose zeitliche Reihenfolge, dass der dann auch nicht mehr in diesem Amt war. Absolut utopisch, was da abgelaufen ist. Nach einer nochmal demokratisch abgelaufenen Wahl. Das lässt ziemlich, ziemlich weit blicken. Dementsprechend, Leute, ich weiß nicht, ob und wie der Herr Höcke da plant, diese Position innezubekommen. Es wird auf jeden Fall ganz gravierend natürlich von den Stimmen abhängen, die in Thüringen er erhalten wird, beziehungsweise seine Partei und was dann daraus passiert. Oder wir sehen in den nächsten Monaten, voraussichtlich ja im Herbst, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder es ist schon im Frühjahr nächstes Jahr, kurz nachgeguckt, voraussichtlich soll es wohl im Herbst sein. Außer man wird nochmal die Möglichkeit finden, die Wahl zu verschieben. So wie es ja jetzt schon zweimal, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Thüringen gemacht wurde. Ist halt wirklich auch so ein absolutes Unding, um es mal ganz nett auszudrücken. Aber kurzum, das wird auf jeden Fall richtig spannend, was daraus kommt. Vielleicht könnte es sogar sein, dass die Alternative bis dahin eine akzeptiertere Partei ist und auch verschiedene Abgeordnete dieser Partei, sodass eine Koalition sogar in Frage kommt. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt drauf, wie sich das Ganze entwickeln wird. Halte euch hier im Laufenden, um das nicht zu passen, gerne den Kanal abonnieren. Jetzt schreibt mal eure Meinung rein, wäre das sinnvoll, wäre das nicht sinnvoll mit dem Herrn Höcke als Ministerpräsidenten. Abonnieren nicht vergessen und ciao.